Hi Leo. Lauftraining oder Krafttraining? Krafttraining. Bestellen oder selber kochen? Selber kochen. Jogginghose oder Jeans? Jeans. Flutlichtspiel am Freitag oder Sonntag 15 Uhr? Flutlichtspiel. Gewinnen lieber 4-3 oder 1-0? 1-0. Gegentor oder Notbremse? Notbremse. Das Münsterland ist schön weil? Schön ruhig, schöne Landschaft. Fahrradtour mit deinen Brüdern oder mit Papa zum Italiener? Fahrradtour mit meinen Brüdern. Malte Müller oder Benno Obanski? Müller. Blau-Gelb oder Blau-Weiß? Blau-Gelb. Techniker oder Kampfschwein? Kampfschwein. Borussia Dortmund oder Rot-Weiß Essen? Schulfächer. Schulfächer. Lieber Musik oder Kunst? Kunst. Currywurst und Pommes oder Döner mit allem? Döner. Twister oder Oldenburger Stadtfest? Oldenburger Stadtfest. Danke. Hier für den Kost!